Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist-Town Wir sind heute, wir haben uns in Tobis Küche versammelt und werden heute ein bisschen Traitor-Jagd machen Also die Runde hat eh noch nicht begonnen, aber ich finde es schön, dass ihr mal aufmerksam seid Da kann ich nämlich nix Pan, wie geht's dir heute so? Tobi, ich bin interessant, wie geht's dir heute so Pan? Mir geht's ganz gut, wie geht es dir, Curry? Ja, mir geht's auch noch sehr blendend, also ich kann mich auch nicht beschweren gerade Das finde ich echt schön Au, au Au, au Tobi Tobi zieht auf mich, Tobi zieht auf mich La 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 Wenn ich aufhörst du sing, bin ich tot La 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 Ernsthaft jetzt? La 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 So Oh mein Gott Oh nein Oh Erik ist runter Ach komm, Tobi, lass es sein, ohne Witz Ich hab's genau gesehen Ich hab's genauso gesehen, Alter Nee, ich hab's genau gesehen Auf das abzustreiten, ja? Arschloch, Alter Wo ist dir denn runtergefallen? Ja, der ist da aus dem Fenster runter Und dann ist er da in den Schrank runter Genau da ist er runtergefallen Oh, oh Willst du das nochmal demonstrieren? So war das nicht Na, ich war's Ja, weißt du Ich bin noch nie jemandem von euch hier begegnet Ja, ich hab dich aber grad gesehen, Pan Ich hab dich grad gesehen Alter, hier liegt Erik tot Was? Oh krass, krass Finde ich krass Was? Wer war das? Der arme Mann Hä? Ja, und jetzt? Wann machen wir jetzt? Also Erik, ihr sind schon mal nicht Ein bisschen Eierkraulen Eier, aua Ja Wie Eierkraulen Wie machen wir das denn? Ja, also, Curry Das muss ich dir jetzt nicht beibringen Frag den Tobi Tobi? Tobi Oh ne Pan willst du mich grad verarschen? Du warst genau im selben Schrank Curry? Was ist da los? Du warst genau im selben Schrank, Pan Hä? Nein, ich war's nicht Ich war's wirklich nicht Du warst halt im selben Schrank, Pan Aber ich war's nicht Pan bleibt bloß weg von mir Ohne Witz Was? Du warst halt im selben Schrank Hör auf, es reicht Erik ist tot Geh weg Geh bloß weg, Pan Nein, nein, Pan Geh weg Geh weg Du bist das Nein, ich bin's nicht Geh weg Du bist das Nein, bin ich nicht Willst du mich grad verarschen? Hau ab, Pan Nein, ich war's wirklich nicht Wenn du mir hinterherläufst, dann töd ich dich Ja, okay Ich sag's nochmal so Ja Ich werf das jetzt Was? Geh weg Lass es Ah, ah Schieß mit der Pistole Hilfe Ah, 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 ah Das hätte jetzt auch voll die Traitorwaffe sein können Ja, ich weiß, deswegen hab ich ja grad gefragt Willst du mich grad verarschen? Ja, müsste die Leiche mit Erik liegen Ja Das ist mein Blut da vorne Es sei denn, das ist die Leiche Oder du hast es getan, Pan Mhm, 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 mhm Pan Sag's doch Pan Ja, so, so Du hast es getan, Pan Ja, natürlich, natürlich Wenn du meinst Lass mich verarschen Was denn? Wie billig war das denn jetzt? Hey, was denn? Was los? Dann treff auch mal gefälligst durch dich Hey, was denn, Pan? Ja, 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 ah Willst du mich grad verarschen, Pan? Ist das dein Ernst? Ja, 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 ja Du weißt wohl, wo ich bin. Ich hab's genau gesehen, Pan. Nein. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's gesehen, Pan. Wie du mir hinterhergelaufen bist. Du hast die beiden gekillt. Kaltblütig. Oh, der Fall ist aber knapp. Oder nicht. Hä? Scheiße. Was? Die Map irgendwie. Ich weiß nicht, wie er da unten umfallen. Das ist ein Verarsch. Das ist ein Schwein. Da muss der Chory ja nur einen umbringen. Ja, ich komm nicht mal zum Töten, Alter. Das ist richtig schlimm, ey. Wie hast du dich getötet? Ich hab dich angefurzt, Tobi. Ah, okay. Nee, ich hab noch Cypher gehabt. Das ist aber Liesel. Hört man nicht, hört man nicht. Irgendwas ist mit meinem Skinguard verkehrt. Was ist das? Sieht bei irgendjemandem komisch aus? Wieso, Pan? Warum? Du bist Traitor, oder was? Bist du jetzt wieder Traitor, oder was? Nein, nein. Sieht das jemand? Also, sehe ich normal aus bei euch? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist, Pan. Ich bin hier unten auf dem Boden. Hier unten auf dem Boden. Ähm, ne, hier sieht es normal aus, eigentlich. Hä? Hier sieht es normal aus, ja. Okay, warte, wie sieht es aus, wenn ich eine Waffe habe? Warte. Lauf mal auf der... Warte mal. Leck mich. Hä? Was ist das denn jetzt? Oh, warte mal. Äh, was ist da los? Hallo? Tobi ist es. Hä? Oh Gott, ich sehe fast gar nichts. Hä? Tobi? Tobi? Ja? Ach, Curry! Es ist doch die Far... Oh, warte mal, ich bin voll. Nein, nein, das war die falsche Waffe. Ich war auf die Wegwoche-Warme. Wie komme ich hier weg? Traitor-Raum, Tobi. Traitor-Raum. Kommst nicht mehr weg. Bist jetzt gefangen für dein Lebensende. Arschloch. Mixer, Tobi. Guckt, guckt... Wenn ihr bei Tobi seid, dann... Dann schreibt Arschloch Traitor-Tobi-Sau. In Liebe... Äh, nee, nee, hier. Äh, grüße und so. Hä? Und liegt der Curry? Ja, ja, hab ich doch gerade gesagt. Aber warum? Ja, ich denke mal, der ist gefallen. Keine Ahnung. Okay, dann ist es Pan. Hä? Wieso soll ich das sein? Nein! Weil du genau in Irmheim bestandest. Du warst auch unten. Du hast gesagt, dein Skin sieht komisch aus. Und du warst unten, dann kam der Curry zu dir. Ja. Und dann war er tot. Ich glaube, dann... Hä, ist das jetzt doch der Erik? Wer war es denn jetzt von den beiden? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, er lag plötzlich tot unten bei dir. Nein, nein, ich war das wirklich nicht. Du komische Vagina. Ich war das wirklich nicht. Ich mag dich. Du bist cool. Hat Vorteile. Was? Tobi, Tobi, mach keinen Scheiß. Hä? Tobi, mach keinen Scheiß. Was ist da los? Ich beobachte das. Seh dich hinter dir, ich seh deine Füße. Mist. Tobi, mach keinen Scheiß. Hey. Oh, 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 oh. Komm, nimm sie mal. Komm, nimm sie mal. Im Schrank ist Pan. Ich wollte es nur sagen, die ist im Küchenschrank an der Seite. Ja, ja. Ach so. Pan. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Hä? Hä? Ich habe Angst zu fallen. Curry ist sogar die Falle getriggert. Ach so, der ist ja tot, der kann nicht reden. Nee. Wobei, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe Curry getötet. Was? Wieso? Ich habe vorhin eine Disco geschmissen und ich glaube, Curry stand hier oben, ne? Wo ich gerade stehe. Ja. Oh. Ja, ich dachte, der stand oben. Ja. Ich glaube, ich glaube, Curry, ich war, das ist super leid. Oh, der Arme. Das ist leid an hier, ne? Oh Mann. Okay, er wollte es nicht sagen. Vielleicht, also vielleicht hat er gedacht, seine Zahnung fliegt dann auf. Vielleicht ist es trotzdem Tobi. Vielleicht ist es wirklich Tobi. Ich schwanke zwischen Tobi und Erik. Ich und Erik, Tobi. Du bist Traitor, Pan. Was? Warum denn nicht mal Schamlippen kraulen? Da ist irgendjemand in der Falle umgetreten. Pan. Was ist denn? Es muss doch Tobi sein. Es war doch der Traitor-Raum, wo er drin war, oder? Oder war es einfach nur der Kühlschrank? Echt? Habe ich doch gesagt, er ist Traitor. Die hätte ich gerade eine Fake-Leiche einfach aus dem Schrank geschmissen. Es war Pan. Pan. Wie kommt er denn in diesen blöden Schrank da drüben rein? Ah. Ich weiß es nicht. Was passiert da gerade? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Ich mache coolen Aufzug. Tobi, bist du Traitor? Nein. Du bist Traitor, ne? Nein. Ich habe zwar Curry-Auswahrs gesehen getötet, aber ich bin nicht Traitor. Ich habe doch gesagt, Pan hat gerade eine Leiche aus dem Küchenschrank geschmissen. Vor meinen Augen. Wenn das die rechte Leiche war. Da steht Undefined Body. Kannst du die mal kurz analysieren? Ne, ich bin unten. Ach, sag mal Pan jetzt. Komm. Aha. 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 Der Glück ist mit den Doven, ich sage dir. Ja, ich glaube, du hast Erik getötet, ne? Vielleicht ist er gestolpert. Mhm, mhm, mhm. Was war da mit der Leiche da oben? Vielleicht bin ich gestolpert. Okay. Das ist einfach die absolut pure Wahrheit. Mhm, mhm. Ja. Kannst du erzählen, wem du magst? Aber mir, ne. Et ist so. Et ist, wie et ist. Aber wo bist du? Äh, ich hole verlorene Dinge. Kann ich das? Kann ich? Kann ich nicht. Oh, schade. Das ist aber schade. Das wäre jetzt wirklich sehr cool gewesen. Ist das gerade, äh, das ist sehr ruhig gerade. Ja, ja gut, weil ich, wo du Erik getötet hast, ich habe Curry aus Versehen getötet. Aus Versehen getötet. Aus Versehen getötet. Beide Mörder. Ich habe das genau gesehen. Hab mein Schillen da oben. Gemeiner Typ, du. Ganz gemeiner Typ. Ganz böse. Ja, komm. Oh, Mist. Ich habe das gar nicht gesehen, ey. Ich bin Sneaky Pete, Alter. Sorry, Curry. Ich spiel mit, ne, ich spiel mit Tobi nicht mehr. Ich kenn dich auch nicht mehr, ey. Weißt du, ich dachte, du wärst Traitor und dann muss ich erfahren, du hast mich einfach so zum Spaß gekillt. Ja, ich habe halt einfach, ich habe die Disco da hochgeschmissen. Ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, schön. Du hättest auch mal sagen können, Achtung, Disco. Ja, natürlich, das macht ja jeder so, ne? Achtung, Disco. Weißt du, was das hier für eine Map ist, Alter? Hm? Eigentlich dürfte ich dich jetzt eigentlich killen. Einfach aus, damit wir quick sind. Nein, nein. Doch, so denken alle, so denken alle. So denken alle, so denken alle, okay, alles gleich. So denken alle. Töte mich jetzt. Nein, hör auf. Alle denken so. Ah, Mist, Mann. Oh. Tobi hat sich gekillt, ich habe es gesehen. Toll. Danke, Curry. Was denn? Hä, was denn? Wo oben? Wo oben? Oh, das ist ganz schön. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Was willst du denn du jetzt von mir? Ja, ja, ja. Oh. Oh, nein. Ich hasse dich nicht. Hi. Moin. Ja, ja, ich hatte gerade auch. Mit dieser blöden Mausefalle. Achso, ich bin innocent. Ich muss dir gerade mal gucken. Was ist das denn? Da lädt, da lädt jemand auf. Wat? Hä? Hä? Oh. Was lädt denn auf? Da sollten wir vielleicht mal weggehen. Das ist ganz schön gefährlich hier. Curry? Curry? Wie oft schirpen Curry heute? Wat ist denn los? Alter, Pan, sag doch, dass der Tobi es ist. Sorry, ich war ganz so unkonzentriert jetzt. Hä? Warte mal, Curry, du hast doch gar nicht mehr gesagt? Oder meinst du dem Erik sagen? Ja, ja, deswegen, damit der Erik Bescheid weiß. Aber es war schon ruhig. Habe ich dich getroffen, Curry? Ach, halt dein Maul, Alter. Er kommt dann wieder mit seinen Sägeblättern, Alter, aus dem Tobi-Markt. Aber ich finde es eigentlich sogar besser, wenn man dann nicht sagt, der und der ist es, oder? Hä? Hä? Ist das gar nicht spannender? Aber, 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 du, hä, du lebst doch immer noch. Hä, wenn du es doch weißt, dann musst du, ja, ich wollte gerade sagen. Das heißt denn ja, Fanda. Na, ich dachte, da fangst du dir andere schon mit an, der ist vorbei, war das nicht? Ich weiß, wer es ist, aber ich sag's meinen Teammates nicht. Ach, ihr seid voll los, ihr könnt mich mal voll fett, ey. Voll fett. Alles klar. Ich bin da jetzt. Jetzt bin ich raus. Ach, Pan, ey. Pan, ey. Leute, denkt dran, ey, das ist spannend, also. Also, immer, ich weiß nicht, immer, hört mich lustig. Hä, mach ich nicht immer. Immer. Dann bin ich mir nicht mehr ganz traurig. Wetten, der Tobi ist es wieder. Ja. Warum geht das hier nicht runter, die Scheiße? Komm wieder gleich, vor allem, ich höre nur irgendwo in der Ecke. Warum geht das nicht? Warte, ist das Fahrstuhl? Das geht nicht runter, ich bin beim Erik, das geht nicht runter. Ich versuche die Knöpfe zu drücken. Oh, Hilfe. Jetzt aber. Moin. Oh Gott. Ich auch nicht. Hier ist überall Feuer. Hä? Das ist normal, das ist eine Küche. Kann man den rufen? Ja. Ey, hau ab! Ohne Witz, denn du jetzt wieder Traitor bist, ne? Alter, die sind übel. Ja, ich war da gerade auch, Tobi. Geiler Tipp, danke. Danke, du bist innocent. Was hat der Tobi denn da für eine Waffe in der Hand? Ha? Ja. Ja, schieß doch mal mit der Pistole. Schieß doch mal, Tobi. Komm. Beim letzten Mal wollte er auch nicht damit schießen. Ja, hier. Nein, nein, nein. Und jetzt? Hallo, Fettacombe. Jetzt, jetzt können wir wieder mit dir arbeiten. Hey, 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 hey. Du hast mich gerade als Fußabtreter. Ich habe es genau gesehen. Hey, hey, hey. Wow, ich gehe jetzt. Tschüss, Pan. Na nü, na nü, na nü. Moin, bin ich schießen, bin ich schießen. Weg, Tobi. Pan, geh weg. Ja, alles cool, Alter. Okay, ja. Entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich. Warte, 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 warte. Was ist das hier für eine komische, kurze Packung? Ich habe es auch gesehen, Pan. Er schieß ihn. Er schießt Tobi sofort. Ich habe es gesehen. Doch, ich habe es gesehen. Mach. Tobi, nein, Tobi, nein, böse. Pan. Nein, Tobi. Ich habe es auch gesehen, Pan. Was, Tobi? Ne, das war ich. Geh weg. Leitern sind... Und sonst noch alles okay? Ja, alles cool. Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Ich bin ganz entspannt. Geile Typen auf jeden Fall. Ihr seid echt geile Typen und Mädels, ne? Ja, ich habe die gleiche Waffe nochmal genommen, weil warum denn nicht? Tobi, bitte geh weg. Bitte komm hier nicht rüber. Das ist mein Schrank. Das ist mein Schrank. Hau komplett ab. Du kannst dich mal komplett in den Arsch. Dein Leben. Guck mal da. Guck wie es hier ist. Mir ist irgendwas runtergefallen. Guck wie es hier ist. Geh, da. Nein. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Was los? Tobi, hilf mir. Warte mal, ich komme. Curry, warte. Nee, nee, ich gehe runter. Ich springe jetzt in den Tod. Ist mir scheißegal. Curry? Ja. Pan? Achso, ich dachte, du bist im Tod. Ja. Okay. Kann man ins Wasser springen? Stirbt man? Nein, kannst du nicht. Du stirbst. Du bist wie so ein Gremlin, Alter. Du darfst nichts mehr essen. Kein Wasser. Was ist dir denn getan, Curry? Ich hab doch mal Nacht. Nach Mitternacht nichts mehr zu essen an Tobi. Alles klar. Ich bin jetzt ruhig. Tschüss. Du bist sowas von dem Eben Dings gewesen. Ähm, ähm. Nein, schon wieder nicht. Mann. Ähm. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Hä? Hä? Was? Warum? Warum bist du denn jetzt auch gestorben, Alter? Ich bin furchtbar schlecht, aber Alter. Mann, was hast du getan? Warum? Ich wollte nicht runterfallen und war ganz vorsichtig und hab beobachtet. Ja, aber du hast die ganze Zeit in die Wand geguckt. Ich dachte, du wärst Traitor, Mann. Ich dachte, du wärst im Job gewesen. Ja, ich hab nicht gegengebaut. Och, Mann, ich bin voll kein Dilletin, ey. Warum hast du denn dann auch alle runtergesprochen? Warum war Tobi dann auch auf einmal tot? Ich wollte dieses eine Ding da drüben springen, aber ist hinter dem Leben gesprochen. Aber die Höhlen sind halt echt scheiße. Man ist ja sofort tot, aber. Ja. Das war der lausigste Wind, den ich jemals hatte in den ganzen TTIV-Folgen. War echt eine gute Runde, Erik, Alter. Hut ab, ey. Ohne einen Schuss abzugeben. Ohne einen Schuss. Das muss man auch erstmal lernen, Alter. Das ist krass, ey. Hey, 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 hey. Boah, voll gut, ey. Was ist da los? Tobinator, ich seh dich ganz genau. Bitte, schieb mich nicht. Ich muss hier einfach rein. Tobinator. 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 Disco, 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 disco. Tobinator. Tobinator, was machen sie da? Tobinator. Oh, Tobi. Kommt noch nicht hoch. Tobi, Tobi. Arigato, Mr. Toboko. Gebst du noch, Tobi? Das war mega knapp. Hi. Moin, Pan. Erik. Erik Hange. Werden hier geschossen gerade? Hey, Erik. Tobinator. 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 Tobi, bitte. Vorsicht, disco. Hä? Sorry. So ist es richtig, Tobi, weißt? Da kann nicht keiner böse sein, Alter. Echt, echt so, ne? Ich sag's dir, Mann. Da kann nicht keiner was. Tobinator. Tobinator. Alles klar, Curry ist es. Hä, warum? Da ist aber Lampe oben. Ja, da war Pan gerade auch. Dann ist Pan auch. Da war gar keine Lampe. Doch, Pan. Pan, du, ich hab dich hier erschossen an demselben Ort. Ich hab grad gesehen, dass du, ja, dann geh ich da jetzt aber auch mal hin. Wie kommt man denn da hin? Ja, du musst da oben rechts und dann da hinten links. Oh, Gott sei Dank. Oh. Was ist passiert? Äh, mit den Leitern. Traitor bist du da so? Was? Der Erik ist Traitor, ne? Stimmt. Hä, wieso? Weiß ich auch nicht. Wegen Gott sei Dank, weil ich Traitor bin. Kannst du mal bitte, kannst du mal bitte? Hä? Ich weiß jetzt auch nicht, warum du Traitor bist, Alter. Ich bin runtergefahren und bin auch da leider hingeblieben. Wie kannst du denn ein Traitor sein, mein Freund? Jeder, der hier... Ey, gehen Sie sofort runter, Tobinator. Gehen Sie sofort runter. Ich möchte nicht hier sein mit Ihnen. Sie sind Traitor. Sie können Traitor sein. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Bitte, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Pan, Sie... Du hast alles im Auge. Mach Sie die Grover weg. Machen Sie sofort die Grover weg. Ich möchte mit Ihnen nicht handeln. Gehen Sie nach Hause. Springen Sie jetzt... Schießen Sie mit der Pistole. Schießen Sie mit der Pistole. Schießen Sie mit... Was willst du von mir? Nee, Tobi, ich wende der. Ich drehe den nicht. Hey, der hat er sich rübergeschmissen. Ich drehe den nicht den Rücken. Der ist so eine Smokernade, Mann. Ich nehme den nicht den Rücken ab. Ey, sonst hast du auch gar nicht. Ich glaube, wir hier... Überkommt der hier gar nicht mehr weg. Nein, geh weg. Okay, wer da geschossen ist, ist er geschossen? Das ist meine Lampe. Pan hat geschossen, Pan hat geschossen. Hey, was ist denn jetzt los? Pan hat geschossen. Hey, wie, was habe ich in der Hand gehabt? Hier. Ich habe es in der Hand gehabt. Ich habe es ganz genau... Du hast auch was in der Hand. Was ist denn? Ich habe auch... Die Pan hat gerade den Erik erschossen. Aber ich... Das ist der Auszettel der irgendwas... Ich gehe dir jetzt verprügeln. Ich bin gleich wieder da. Ich habe es in der Hand gehabt. Nein. Nein, geh weg. Nein. Oh Gott, was ist jetzt los? Neben dir konnte ich ihn jetzt nicht erschießen, du Arsch. Danke, Erik, danke. Geiler Typ, Alter. Schön, wir sehen uns in der nächsten Folge. Der hat mir wirklich ein Haar ausgerissen. Boah, was? Nein, nein. Mit so etwas Aggressiven möchte ich hier nicht mehr mitspielen. Ich hätte Curry jetzt erschossen, der das nicht gemacht. Nein, stimmt gar nicht. Das hast du gar nicht verdient gehabt, Pan. Du hast so schlecht gespielt. Was? Das stimmt überhaupt gar nicht. Wie der einfach lügt, ey. Oh Gott, ey. Schweinerei hier. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ach so, ja. Tschüss, Tobi. War geil mit dir, ne? Tschüss, Körli. Mach's gut. Boah. Tschüss. War mir voll aus der Arten. Boah, aber jetzt tut mir die Hand weh, weil ich meine Frau verprügelt habe. Ja, richtig so. Gewalt muss sein. Gewalt muss sein, Erik. Hey, du warst hier? Alter, gleich gibt's nochmal einen Tritt. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Du bist einfach hochgegangen. Ich rasse Pan. Ich bin jetzt übrigens wieder. Die Diät läuft einfach nicht. Oh, das geht schon los. So, ich geh zu Tobi. Ich bin voller Wut, bin ich hochgestürmt, Tobi. Was denkst du denn? Der Tobi, der nicht mal aus dem Flur kommt, weißt du? Ohne zu kollabieren. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tobi, mach mal die Tür auf. Tschüss. Tschüss. Tobi, mach mal die Tür auf. Tobi, mach mal die Tür. Tschüss. Tobi, mach mal die Tür. Untertitelung des ZDF, 2020